Schönen guten Tag meine Damen und Herren! Herzlich Willkommen zu einem... Oh, mir ist schwindelig. Wir sind nämlich schon in einer halben Stunde auf dem Messegelände in Hannover unterwegs, was, glaube ich, die größte Messeanlage der Welt ist, glaube ich. Und wir sind nicht ganz umsonst hier, denn wir haben ja mehrere schöne Videoserien gemacht, so wie diese. Und diese. Und auch diese. Und heute ist es wieder so weit, dass wir eine Geschichte von einem Auto einmal komplett aufwühlen und durchkrempeln. Es werden wahrscheinlich zwei Videos werden, weil es sind nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Autos. Und zwar heute geht es um den T-Bus, um den Transporter, um den Bulli. Ja. Drei Malmö. Drei Malmö. Bis zum nächsten Mal. Es geht los. Also wir haben natürlich jemanden dabei, der uns wirklich Rede und Antwort stehen wird, der uns alles mögliche erklären kann. Schönen guten Tag, Jean-Pierre. Christian. Hallo Christian. Du bist von Volkswagen. Von Volkswagen Nutzfahrzeuge, betreue da die Camper und die Oldtimer. Und Camper, Oldtimer, ich würde sagen, dann fangen wir mal so rechts an im Bild. Aber nicht ganz rechts, weil ganz rechts ist ja sehr, sehr modern. Ich würde sagen, wir gehen zum T1. Machen wir es chronologisch. T1, okay. Was glaubst du, warum ist ein T1 so extrem gehypt? Weil er ist ja, wenn man jetzt ein Foto posten würde und man würde fragen, welcher ist euer Liebling, dann sage ich dir. 60, 70 Prozent sagen T1. Wird so sein. Also die Kurve geht wahrscheinlich von rechts nach links so ein bisschen runter. Ja, T4 hat auch viele Fans. Ja, aber T1 hast du schon recht, das ist das absolute Highlight für viele, weil er einfach auch so sympathisch wirkt. Wenn wir uns das angucken, das Gesicht, die strahlenden Augen, das sind Sympathieträger. Das siehst du ja auch bei kleinen Kindern. Normal sagt man jetzt ja immer, wenn das alte Leute sind, die verbinden damit was, ihre Emotionen, ihre Jugend. Aber ein kleines Kind von drei Jahren kann das nicht haben. Das heißt, das hat es nicht. Das hat es nicht von früher, sondern das guckt hin und sagt, das Auto lacht. Und strahlt es an und winkt dir zu. Ja komm, wir gehen mal, Flo, Flo, wir gehen mal drauf zu. Und das macht halt auch, guck hier, auch gleich Sympathieträger. Ja, ich sehe schon. Hat gleich Besuch bekommen. Hat gleich hier Action drauf. So, jetzt gibt es ja ganz viele Geschichten. Es gibt ja auch Brasilianische und Deutsche. Ja. Und die Brasilianischen, da sagen ja viele so, ha, nee, musst du aufpassen, die sind sehr durchlebt. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Ganz böse gesprochen sprechen die Engländer von Frankenstein-Bussen bei den Brasilianern. Das ist aber liebevoll. Ja, das ist sehr, sehr despektierlich. Liegt aber einfach daran, dass die Busse dort wirklich immer genutzt wurden. Immer. Die fahren die einfach. Die fahren die einfach. Und die reparieren sie auch mit einfacheren Möglichkeiten. Und das war in Deutschland nicht anders. Und die wurden aber dort auch produziert. Die wurden dort auch produziert. Der letzte T1 ist in Deutschland 67 vom Band gelaufen. Und danach hat man die Produktion auch verlagert. Das heißt, dort ist er tatsächlich weitergebaut worden. Und dann wurde er immer mehr modifiziert. Dann morphte er so rüber zum T2. Und dann T2B. Und dann T2B. Also du findest Zwitter-Modelle, die es in Deutschland nie gegeben hat. Bis zum T2, der 2013 erst ausgelaufen ist. Der T2. In Brasilien. Der ist in Brasilien bis 2013 gelaufen. Bis 2013. I don't know. Mit einem anderen Motor. Hat er natürlich nicht mehr Luft gekühlt. War dann nachher ein Benziner. Und mit einer Ultima Edition ist der dann 2013 ausgelaufen. Wirklich? Ja. Ich will mich einmal reißen. Ich weiß gar nicht, ob ich mal in einem... Das ist ja ein Samba-Bus. Das ist ein Samba-Bus. Aber ohne die Option der Fenster. Hier gab es ja... Genau, hier gab es ja. Das ist aber baujahrabhängig. Das heißt, irgendwann sind die weggefallen, weil dadurch die Heckklappe größer wurde. Das heißt, bei den ersten... Was gab es da genau? Also hier gab es auch Scheiben. Genau, es gab die Eckfenster. Es gibt ein 21-Fenster-Samba und es gab ein 23-Fenster. Der 23-Fenster... 21 verdammte Fenster? Warte mal, warte mal, warte mal. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Was? Zählt doppelt? Zähl mal mit. Zähl mal jetzt eins. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Zwischen. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Ja, 23. Ich war es beim Putzen. Genau, da geht eine Menge Silulin drauf. Aber wirklich? Ja, okay, also genau, die Heckklappe wurde größer. Also die Heckklappe war größer, also war kleiner und deswegen hattest du Platz für das Eckfenster. Man hat dann nachher die Heckklappe größer gemacht, um einfach auch besser dran zu kommen. Soll ich dir was sagen? Wir gehen jetzt so drum rum und die Jungs haben gerade Aufnahmen gedreht, die wir gerade gesehen haben, aber ich schmunzle, ich grinse. Also das ist echt sehr sympathisch, also ich gucke mir das Auto an und freue mich. Und das macht den T1 aus? Ne, wirklich, ich merke das gerade. Ist das normal, dass das so hoch ist hier? Hatte der keine Revision? Ne, hatte der nicht. Ne, der hat nur da. Das kam halt erst später und beim allerersten T1 ist es sogar noch höher. Und da gab es gar keine Heckklappe, sondern du kannst nur hinten da dran. Okay, wie sollen wir das machen, Flo? Sollen wir immer jeden Einzelnen fahren, ja? Ja, ich würde sagen. Ja, komm, ich würde sagen, wir steigen mal schnell ein und fahren mal eine Runde. Ja. Aber zustandmäßig geht besser, ne? Der ist ja wirklich wie neu. Also zu dem Auto gibt es halt eine Wahnsinnsgeschichte. Zu dem jetzt hier? Ja, das Auto haben wir vor vier Jahren bekommen und das war 50 Jahre in der Hand einer Familie. 50 Jahre haben die das Auto besessen und die ganze Familie war sich unsicher. Jetzt das Auto restaurieren und keiner hatte, alle hatten Bezug, aber keiner hat sich zugetraut, das Auto selbst zu restaurieren oder zu machen. Sie haben es uns gegeben und verkauft und wir haben es dann drei Jahre lang restauriert und sind dann zu der Familie. Drei Jahre? Ja, also nicht durchgehend, sondern haben wirklich immer schön sauber gearbeitet, komplett entlagt KTL das volle Programm und haben dann mit dem fertigen Auto sind wir dann zu der Familie gefahren. Und das war emotional. Es war einfach emotional, als die drei Generationen da standen und das sah an, was Opas Auto. Und im Kaufvertrag musste eins drinstehen, wenn die Kinder heiraten, müssen sie mit dem Auto zur Kirche fahren dürfen. Das haben wir natürlich zugehört. Ja, klar. Wie ist das, wenn man als Hersteller so ein altes Auto restauriert, ist das dann trotzdem noch problematisch mit den Teilen oder habt ihr sowas noch irgendwo? VW Classic ist gut. Also wir arbeiten ja auch mit den Jungs zusammen. Wir haben ja mehrere Projekte gemacht mit VW Classic und da muss ich wirklich sagen, also das ist keine Werbung jetzt hier, aber wenn wir Volkswagen-Projekte angehen, muss ich sagen, ist das der Rückhalt und das Feedback und das Zusammenarbeiten mit VW Classic sehr, sehr gut. Da sind andere Hersteller nicht so gut. Was man sagen muss, ist, der Teilemarkt für den T1 ist in den letzten 15 Jahren absolut nach oben gegangen. Du kriegst alles, du kriegst jedes Teil mit. Jedes, jedes. Es gibt kein Teil mehr, was du nicht kriegst. Aber dann halt Zubehör. Wir haben teilweise eingetragen, das Zeug zwar ein Klassik und teilweise hat Zubehör. Ich meine auch die Fertigung, das ist einfach hier angepunktet. Das war Stand der Technik. Also das Crashverhalten von so einem Ding, glaube ich, ist... Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du es heute nicht ausprobierst. War eigentlich im Skript so gedacht. Ja, Synchronring. Das ist halt alles alt und es ist urig und es ist geil. Aber auch beim Fahren ist es sympathisch. So ein bisschen wie LKW-Fahrersitze aussehen, so fühlt sich das gerade hier hinten an. Ja, so dieses Geräusch. Aber ist es nicht faszinierend? Wir fahren jetzt ja gleich in diesem Video bis T4. Der Wandel, das ist derselbe Ursprung. Wann wurde der erste T1 gebaut? 50, 1950. Bei die Serienproduktion. Erste 50. Wow. Und 2022 macht er jetzt den Wechsel zum Elektro. Genau. Auch viel Drehung mit unten rum, ne? Ja, also der läuft super. Also der läuft echt gut, weil wir sind jetzt hier im dritten Gang. Guck mal, dritter Gang, ohne Schalten. Das ist ein Tick über 20. Ich finde das nicht so geil im ersten Moment, aber guck mal. Hat Nehmer-Qualität. Nicht schlecht. Hat Nehmer-Qualität. Ja, sehr, sehr schön. Ich würde gerne jetzt direkt rüberspringen zum T2. Das ist ein T2A. T2AB. Das ist ein Zwischenmodell. Jo, der Blinker ist anders. Aber es ist genau das. Es ist von vorne T2A. Und wenn wir jetzt rumfahren, siehst du gleich von hinten wieder aus wie ein T2B. Und deswegen gibt es der AB. Das war 1972. Das ist ein Modelljahr, als das so gewesen. Also ganz wertvoll. Die einen sagen so, die anderen so. Okay. Er ist das wert, was er dir wert ist. Ne, überhaupt nicht. Es ist ja immer das, was es dir wert ist. Guck, wir stellen die Bild hin, okay? Wie du magst. Dann haben wir vielleicht auch nachher ein cooles Bild noch. Ihr habt alle Aufnahmen schon, ne? Okay, cool. Mit dem unteren Blinken und hinten ist es halt ein B. Und das war halt nur 1972 so. Deswegen nennt man ihn intern so T2AB. Wenn man jetzt so darauf zugeht. Und ich will für mich auch heute rausfinden, was für mich wirklich der, nicht der beste Bus ist, sondern wir machen es so. Ich will heute für mich rausfinden, was wäre für mich der schönste, emotionalste, funktionalste Bus von 1 bis 4. Und dann gucken wir in einem anderen Video den Rest. Ja. Aber wenn man jetzt auf den T2 zugeht und ich war selten neben den beiden so ineinander, dann ist er schon stark gewachsen. Wenn der Front merkt man natürlich ganz so doll. Aber wenn man jetzt auf den T2 zugeht, wie viel Lack da ist, wie viel Fläche. Und warum war das? Weil die Leute mehr Funktion wollten, mehr Funktion brauchten. Ja, es ist wahrscheinlich einfach der Zeit geschuldet. Das Auto musste in Tacken wachsen. Es musste größer werden. Der Sprung ist ja auch, wir reden davon, 1950. Kleinere Menschen. Kleinere Menschen. Und auch die Zeit, die dazwischen war, bis 1969, der Bedarf nach größeren Flächen und Transportmöglichkeiten war halt geschaffen. Genauso wie, wenn wir in den Kofferraum gucken, jetzt ist hier das Reserverad noch drin, aber auch das ist in der Breite halt gewachsen. Das war Kunststoff. Da war Plastik auch ganz stark im Vormarsch. Ja, da ist einiges. Es gab also eine Phase, wo die Hersteller, genau die 70er, wo Plastik wirklich etwas war, was überhaupt nicht verrufen war. Sonst war der moderne neue Werkstoff. Der war es ja auch. Also du konntest auch mal Formgebungen machen, die du vorher gar nicht konntest. Durch Wärme, Oberflächenhaptik, ein Blech, diese Haptik, diese Haptik und Optik in das Blech rein zu bekommen, zu der Zeit oder heute auch, unmöglich. Okay, wie viel Leistung hatten wir jetzt von ihm? 42. Was lachst du so? Nee, aber ganz ehrlich, untenrum hat er so gezogen? Das ist sehr kurz übersetzt. Man darf nicht vergessen, solche Autos haben halt nicht so moderne Übersetzungen wie halt so ein Auto, was irgendwie auch eine Endeübersetzung von 220 hat oder sowas. Also Übersetzung, es fährt es nicht, aber 220 hat. Das hat eine Endeübersetzung von 140 in den Betrieben. Niedriga. Ne, Übersetzungsfähigkeit. Achso, das weiß ich jetzt nicht, aber er liegt nachher so beim Vmax bei 150. Und dann dementsprechend kann es das Getriebe halt so ausspüßen. Ja, 130 vielleicht, 120. Und dann ist die Leistung halt dementsprechend klinig. Dann so ein Boxermotor. Der untenrum, so als Vergaser, hat der ja schon einen Zug, ne? Wie viel Leistung haben wir jetzt hier? 66. Hup, hup. Das ist ja, komm, das ist aber schon ein Sprung. Genau, das ist es ja. 50 Prozent mehr Leistung. 50 Prozent. Mal gucken, ob du sie rausfährst. Sag das nicht so. Du gehst ja ordentlich mit den Autos um. Ja, immer. Immer. Können wir aufmachen, ja? So ein Bulli ist ja nicht nur ein Auto. Ein Bulli ist ja auch immer ein Familienmitglied. Voll. Guck mal, hier mit so einem Gussteil richtig schön. Geformt. Kannst du hier die Zündung einstellen. Hier der rote Punkt, das hänge ich mal original. Das kannst du abblitzen mit der Lampe. Dann siehst du halt hier, wo er dann halt stehen muss. Wenn er hier ist, ist er schlecht. Aber das ist aber getunt, ne? Die offenen. Was? Guck mal, der Blick. Guck mal, der Blick. Ich weiß es nicht. Ich habe zwei linken Händen hier dann fünf Daumen. Ich weiß es nicht. Okay. Was auch ganz toll ist, die Heizbieren liegen hier drunter. Und über den Lüfter holt er sich die heiße Luft, richtig? Für den Innenraum. Ist das Zusatzheizung oder die Hauptheizung? Das ist die Hauptheizung. Das heißt, hier rüber schaufelt er die Luft rein, Richtung Heizbieren und dann pumpt er das nach vorne. Dann kannst du über die Regler dann entscheiden, wie viel heiße Luft nach vorne kommt. Ist das nicht geil? Also richtig old school, normale, simple Technik. Aber die will ich dabei hören, jetzt hier gleich. Das ist ja auch gemacht zum Reparieren. Da macht es ja auch Sinn, wenn damals in so Filmen Leute eine Panne hatten, dass sie hinten reingucken. Das machte noch Sinn. Wenn du bei so einem 2022er Auto die Haube aufmachst und guckst da ganz richtig rein. Schatz, ich schau mal, ob ich finde, was das Problem ist. Dann gab ich aber den, der durchs Bild fährt zum Beispiel. Hallo. Dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Außer er hat einen Finger, der irgendwie als OBD-Stecker, als Tester irgendwo rein... VCDS immer dabei. VCDS quasi, der auf dem Finger ist. Dann haben wir hier Öltemperaturfühler. Das ist alles wirklich direkt erreichbar. Ja, und das ist halt auch noch 100% Luftgekühlt. Ja. Gibt es eine Geschichte dahinter, warum die Motoren hinten waren? Nein, das war die Evolution vom Käfer. Also du hast ja den Käfer gehabt. Dann gibt es ja diese Geschichte mit dem Plattenwagen, den der Ben Pon ja gesehen hat. Der eine der Ideen ist. Ben Pon, holländischer Importeur, der hat so einen Plattenwagen gesehen. Gilt als eine der Grundideen vom Bus. Welches Jahr war das so dann? Äh, 47. 47. Aber das ist halt eine der Grundideen. Das war exakt schon 1 zu 1 baubar, sondern hat mal Versuche gemacht. Hat dann das neue Fahrgestell gebaut. Und damit war der Motor halt immer hinten. Das war so. Okay. Gut, wir springen mal rein. Ja. Das Jahr 72. Science-Fiction-Filme kamen so ins deutsche Fernsehen. Ne, diese Orion und sowas. Oh ja, Raumpatrouille Orion. Raumpatrouille Orion. Wir machen mal eben ganz kurz eine Seelkens rein. Ich glaube, solche Elemente, du musst mal überlegen, du machst die Tür auf und ich gucke dieser Schnorchel hier an, ja, der die Luft von hinten nach vorn transportiert, pass auf, durch die Türtafel, mit diesen Streifen drauf, hier vorne wieder rein und verteilt dann die Luft durch die Lüftungsdüsen. Das sind Elemente, die du heute, du machst die Tür auf von einem Golf 8 oder was, ich weiß nicht, du machst die Tür auf und ich gucke das Ding hier an. Da würdest du sagen, Leute, hier ist was schiefgelaufen. Aber das waren so Elemente, die waren damals cool. Das war, glaube ich, diese Technik, die man auch zeigen wollte. Diese, dieses ganze, ja, Moderne, hat nicht viel zu tun mit Raumpatrouille Orion, obwohl das hier schon so ein bisschen. Die Zuluft, na komm, ich schau mal. So, hier gäbe es jetzt schon was, was es vorher bei den anderen nicht gab. Es gibt einen Gurt. Einen Gurt plus, es ist ja Auto jetzt. Komm her. Du hast Platz. Du hast ein modernes Armaturenbrett, wie man es damals in der Werbung betätigte. Gab es aber auch ein Blech, im T2. Ah ja, dieser Händel, den gab es auch nur im Blech. Weil das ist schon ein Auto, deswegen habe ich gerade gefragt, das ist ja schon ein modifiziertes Auto. Also ich kenne ein paar T2, aber das ist ja jetzt hier schon ein, ja, Mutter in der Junge, ne? Gut, und auch die Anzeige, Anzeigen gab es natürlich nicht. Die haben wir jetzt nachträglich reingebauten, um den Motor ein bisschen zu schuhen. Der Anlasser ist lauter als der Motor. Hast du das gehört? Pass auf, ich wusste nämlich nicht, dass der Motor alles, hör mal. Was du denkst, dass der Motor wäre, ist der Anlasser, aber. Geile Stückchen. Gut, super, kurzer Doppel. Nein, 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 hey, hey, hey. Das ist aber echt ein kurzer Doppel. Ich habe nichts gesagt. Du hast mehr gesagt, was du willst. Ach, hier, der hat er schon los. Ja. Hört sich bei Armin Käfer. Ach, das waren die Filter. Der Luftfilter. Ja, ja. Das ist ein Privater, ja? Nee. Welches ist denn eher dieses Surfermobil? Ist das T1 oder T2? Ja, beide. Also tatsächlich beide. Von dem, was wir wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, ist es der T1. Aber in der Gäste war der T2. Oh, interessant. Ist doch, wenn man in Los Angeles ist, in der Realität sind das T2, aber in Filmen sind es T1. Genau. Also ich komme gerade von drüben, war bis Sonntag drüben. Es ist immer noch im Straßenbild Kalifornien. Deswegen auch diese Bräune. Ja. Ein Arbeitgeber kümmert sich um dich. Ja. In der Tat haben wir da auch Bulli-Fans besucht. Und da gibt es eine ganze Menge. Ja, eine ganze Menge. Ohne Menge. Okay, also im Fahrwerk, in der Gasannahme, in der Bedienung, in der Sitzposition, in dem Sichtfeld. Hier ist viel mehr Engineering. Der T1 ist ein schön designtes, liebevolles Auto. Und wenn ich jetzt hier so fahre, das Lenkgetriebe, Lenkübersetzung, wie das Lenkrad zu mir steht. Ich fahre jetzt nicht, weißt du, wie so ein Bobbycar. Das ist ein wirkliches Auto hier. Also hiermit würde ich es auch nach Dortmund fahren. Also das ist ein ganz normales Auto. Also der Sprung T1 zum T2 vom Fahrkomfort ist wirklich ein Riesenschritt. Ja, ist ein Riesenschritt. Und mit dem Ding, das Ding ist 100% langstreckentauglich. Wir fahren mit dem T1 auch bis an die See und alles. Aber T2 deutlich entspannt. Also sehr, 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 sehr gut fahrendes Auto. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. Das macht schon Eindruck, wenn du irgendwo vorbeifährst, glaube ich. Vor allen Dingen, Leute, der Motor ist ja im Innenraum des Autos, des Wagenkörpers. Eine Motorhaube bei einem Frontmotor ist es ja schon außerhalb des Fahrgastraums. Aber hier ist der Motor drin und deswegen... Also ich würde da kein Lächeln hier reinbohren in die Abdeckung. Schade doch nicht. Man merkt aber schon noch, dass das Auto ein bisschen für kleinere Menschen gemacht ist. Wenn ich jetzt vom Gas, wenn ich vom Gas auf die Bremse gehe, mache ich nicht so, sondern mein Fuß macht so. Hier treten, Gas. Das stimmt. Könnte aber auch gleichzeitig ein Yoga-Kurs sein. Vielleicht waren die einfach schon so fortschrittlich damals und haben das eingebaut. Ja, also der Winkel in meinem Fuß bei der Kupplung ist Yoga-Kurs. Der tretende Oliver Kahn. So heißt die Position. Ja, aber hallo. Geil. Aber er hat halt nicht ganz... Stell dir mal vor, er würde fahren und von der Technik so wie der hier sein und würde optisch wie ein T1 sein. Gibt ja genug, die so ein, zwei Sachen umbauen vom Fahrwerk. Ja? Ja. Ja, das ist schon ziemlich geil. Ja komm. Ich würde sagen, wir springen mal jetzt hucki-zucki in den T3. Weil da, glaube ich, ist meine Liebe sehr, sehr groß. Ich privat bin T3-Fan. Wo ich jünger war in der Ausbildung, hatte einen Mitarbeiter in den T3. Eine Wolfsburg-Edition. Blue Star, White Star wahrscheinlich. Ein Blue Star. Nee, ein White Star war das. War er weiß oder war er weiß? Der war weiß. Mit Porsche-Rädern drauf und sowas. Und das war so ein Auto, wo ich absolut geträumt habe von. Und der hat das Ding auch absolut geliebt. Und das war schon echt schick. Und ich finde ihn auch optisch sehr geil. Nicht gut. Was man da ganz klar sieht, wir gehen mal näher ran. Ich zeige euch mal was, was man da sehen kann. 92. 92 war nämlich die Industrie in der Lage, mit der Blechfertigung und der Spaltmaßgenauigkeit besser umgehen zu können. Denn du siehst hier, so ein Teil und mit Ansatz an ein weiteres Blechteil ist in der Produktion heute noch nicht einfach. Das ist sehr, sehr kompliziert, sowas zusammenzusetzen. Und wie du siehst, haben die anderen wirklich ganz klare Blechflächen. Kommt eine Angründung, wo aber dann auch, glaube ich, das aus zwei Teilen manchmal besteht. Und hier ist es ein Formteil mit einem Tiefziehteil. Noch nicht so tief gezogen, wie das Holzteil geht. Aber es geht schon mal los, dass dreidimensionales reinkommt. Plus, dass das Licht trifft aufs Auto und Lack fängt Licht. Dort haben wir ganz klare Flächen, keine großen Spiegelungen. Wenn wir hier sehen, passieren ja verschiedene Farbnuancen, verschiedene Farbspiele. Siehst du das? Und das ist das, wie wir Autos auch heutzutage wahrnehmen. Das wollen wir ja sehen, dass das Auto dreidimensionaler wird. Geil. Ja, bin ich sehr gespannt. Wie viel Leistung hat der jetzt? Der 92. Ich wollte sagen, kurz vor 100. Ja, genau. Benziner. Was sehe ich? Wie die drei anderen. Kann ich gut verstehen. Dieser auch wieder was Besonderes. 30 Jahre jetzt alt und ist einer der letzten. Es gab noch mal eine Sonderserie, die 92 aufgebaut wurde, weil eigentlich war der Wechsel T3, T4 1990. Wann ist der gebaut worden? 1992. Uh. Das heißt, man hat noch mal eine Sonderserie aufgelegt. Warum? Die Nachfrage war einfach so groß. 1992, Limited Last Edition, das heißt, jeder war durchnummeriert. Auch dieser hat vorne an den Türen dann die Nummer. Und Multivend und ähnlich wie der White Star von deinem Kollegen. Das heißt, Innenausstattung ist eigentlich genau das Gleiche. Also, was aber auch wirklich, wenn man jetzt so ganz, wir machen gerade ein Video über Busse, wie man gemerkt hat. Und man guckt so ganz schnell hinten drauf, ne? Guck mal, stehe ich mal hin. Ganz kurz hinten drauf. Könnte auch vorne sein. Stimmt. Wenn man so kurz so guckt, könnte auch ganz einfach vorne sein. Beim T3, ja. Wirklich? Also so? Vielleicht kommt daher das Wort Kastenwagen. Ja. Und wenn du jetzt so guckst, ist das kein großer Unterschied. Boah, das ist ein geiles Auto. Ist es. Also, und wirst du gleich auch sehen, der fährt nochmal einen Tacken besser als der T2. Ja, das Lenkrad kommt dir jetzt entgegen, ne? Das Lenkrad kommt dir entgegen, aber du hast weiterhin die gleiche Sitzposition, du sitzt weiterhin vorne auf der Achse. Tolle Kombination. Also Lenkrad gekippt, trotzdem so weit vorne und auf der Achse sitzen, das ist ganz cool. Die auf der Achse sitzen ist sowieso so ein Punkt, den das ausmacht. Dieses Trucker-Feeling so ein bisschen. Und wenn die vor der Achse federt, dann hast du, dann, ich kann es schlecht beschreiben, du spürst ja, du bist auf der Achse. Du spürst das Auto mehr, ja. Oh, der hat schon den, oh, das ist schon der, ja man, das ist schon der Golf 3 Geruch. Das ist so der ganz klassische Volkswagen Geruch. Okay, das ist gerade ein Problem, das ist echt geil. Das finde ich schön. Das ist der erste Multivan auch sozusagen. Es gab ihn ja seit 85, das ist jetzt dann der 92er. Das heißt, du hast den Tisch, kannst die Sitze hochklappen, kannst ein Bett bauen. Was muss man hier für ausgeben so? Was würdest du sagen, wo liegt man ungefähr, ungefähr? Unter 20, nichts Vernünftiges zu kriegen. Dein Ernst jetzt? Ja. Ja? Nach oben, gern auch mal eine 3 oder eine 4. 4 ist schon selten, aber 3. Für einen richtig guten, wir reden jetzt nicht über Kernschon. Aber wir reden nicht über Kernschon? Nein, 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 nein. Und, intelligenter gebaut, die, guck mal, die hintere Ablage, Flo, wie die runtergeht. Beim T1 war die hier, T2 war die hier, T3 geht's hier. Und gleich, wenn wir beim T4 sind, ist sie weg. Und dann muss er nämlich vorne. Der ist aber auch schön. Ist das neu oder ist das gebraucht? Ne, das ist tatsächlich original. Aber, was hat denn der gelaufen? 5 Kilometer? Ne, 54.000. In der Ernst? Das ist hoch-erotisch. Fass mal an, Flo, das fühlt sich wirklich toll an. Das hat so ganz, ganz alte Erinnerungen irgendwie. Also ich muss wirklich sagen, Volkswagen macht das schon wirklich sehr, sehr toll. In dieser Zeit, diese Autos, dieser Charme, ist auch hoch, ne? Ja, du hast ein wahnsinns Package-Maß, ne? Also du sitzt tief, hast wirklich Raum? Ich bin 1,90. Ich finde so die Kombination von dem Stoff mit der Form von den Kopfstützen, das ist so unverkennbar. Die Kopfstütze ist für mich 100% Audi. Für mich ist das so eine typische Audi 80 Kopfstützenform. Ja, mega. Okay, 4,90 PS. 92. 92 PS. Die testen wir jetzt. Los geht's. Und dann der allerwichtigste Move. Die Arme legen. Für ein entspanntes Cruisen. Bereits zum Abheben. Ja, genau. Einspritzer. Hör mal, wie der hochtourt. Das ist mega, das ist halt wirklich, der ist den Klapp mega. Das ist ein verdammter Bus, Mann. Hört jetzt mal an. Fährt jetzt im zweiten an, ne? Hast du gewollt? Ah, der hat ein Hängebein. Hatten die alle so ein, quasi ein Sportgetriebe im E30 M3? Nicht alle, aber die T3s mit 5 Gang hatten das ja. Okay. Sehr schöne Bedienung der Kupplung. Also, da merkst du eine Entwicklung von der Bedienerfreundlichkeit. Also, das Auto hat eine sehr gestiegene Bedienerfreundlichkeit im Vergleich zum T1, vor allem zum T2 auch nochmal. Ich sag jetzt was breches. Ich würde mir wünschen, dass manche Autoscheller so gute Autos heute bauen würden. Ich kann nur verstehen, warum hier auch sehr viele Porsche-Motoren eingebaut worden sind. Weil du kannst ja hier, fahrt mal, jetzt geht es ja los, dass du fahrdynamisch was machen kannst. Weil so werden wir mit dem T1, guck mal, du fährst ja mit dem T1 nicht um die Kurve rum. Ne, das zeigt auch, also bei den Umbauten, ich weiß nicht, ob du das Race-Taxi kennst. Das ist ein T1 von Fred. Und mit dem, mit dem, der, der auch ein bisschen mit dem BBS E88 wird da ein bisschen höher. Genau, der hat ja, der hat halt, wir haben einen 993 Biturbo drin. Und die Basis ist aber ein T3 Chassis. Nein. Ja, weil mit dem T1 Chassis kriegst du diese Leistung nicht hin. Nicht transportiert, ne? Genau. Deswegen hat es die Basis, das T3 Chassis, deswegen ist er ja auch breiter und länger geworden. Ah, ich bin gleich angekommen. Aber wir sind ja auch auf dem Paratgeländer. Auch wenn er nicht den Charme hat eines T1, finde ich ihn gerade sehr stark. Er verbindet halt beides, ne? Er ist auf jeden Fall noch so ein bisschen Ur-Bus, aber er ist echt modern zum Fahren, langstreck, komplett langstreckentauglich. Macht dir das Spaß noch, ja, ne? So die Autos, so Busse? Immer. Also egal welcher. Das Schwierigste ist, also ich hoffe, du wirst mir die Frage nicht stellen, deswegen nehme ich die Antwort gleich vorweg. Wenn man mich fragt, welchen findest du am schönsten, kann ich das auch privat nicht sagen, weil das wäre wie wenn du fünf Kinder hättest oder sieben und die anderen fragen dir so mal, welches findest du am besten? Dann würde ich denen zur Seite nehmen und sagen, also der eine Dicke, der ist doof. Ja, aber ist ja nicht so, macht man ja nicht. Also alle haben ihren Charme und ist beim Bus genauso. Das Gaspedal verhält sich ein bisschen wie ein E-Gaspedal. Warum? Du hast einen sehr kurzen Pedalweg, fühlt sich an wie ein digitales Gas. Und guck mal, die kann man jetzt nicht sehen, aber das ist ja nix. Das ist ja nix. Sehr gefühlvoll. Also die Gasdosierung ist, es geht, klar, kein Problem, aber es ist ein sehr, sehr kurzer Gasweg. Anrufe ich auch weniger auf dem Schirm, weil die meisten Leute dann sich wirklich doch für T1 und T2 beschäftigen. Und dann ist T3, rutscht schon ein bisschen durch. Aber dabei ist er wirklich. Es kommt halt darauf an, was du machen willst. Wenn du den Eisdielen-Cruiser haben willst, mit dem du sonntags fünf Kilometer um den Block fährst, dann kannst du jeden nehmen. Wenn du aber sagst, ich will mit dem Auto wirklich reisen, ich fahre jetzt von Dortmund dreimal im Jahr an die Nordsee und viermal im Jahr an die Berge, dann bist du mit dem T3 deutlich bequemer unterwegs als mit dem T1. Okay. Ja, sehr gut. Es macht echt Spaß gerade, weil du ganz klar spürst, die Philosophie ist die gleiche. Und von Schritt zu Schritt gehst du weiter und es wird klüger, es wird besser. Er bleibt sich treu und jetzt gleich der nächste. Jetzt wird es hart. Jetzt wird es hart, weil jetzt kommt der Technik-Sprung. Genau, jetzt sind wir nicht mehr so treu, aber es musste, denke ich mal, passieren. Crash-Test. Crash-Test, das Package-Mass auch. Also im Privaten jetzt hier funktioniert das ja. Also das heißt, du hast die Sitzbank, du klappst das Bett um, du nutzt den hinteren Teil vom Motorraum als Bettablage. Aber das Ding ist ein Handwerkerauto. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Ding ist nicht als Pkw gebaut, sondern als Transporter. Und als Transporter konntest du da hinten nichts einladen, weil da war der Motor. Und das war im T4 dann natürlich advantage. Und da war, muss man sagen, der Ford und all die Jungs schon smarter. Die hatten halt immer den durchgehenden Laderaum. Und das haben wir halt mit dem T4 geschafft. Aber das Konzept Multivan, seit 1985 war es ja dann da, war echt eine Nachfrage. Also dieses Freizeit-Mobil, MPV gab es damals noch gar nicht als Begriff, aber das war er. Mit dem Auto bist du zum Sport gefahren, du konntest immer im Auto pennen. Und das sehen wir jetzt gleich in dem anderen auch. Das ist halt die Weiterentwicklung gewesen. Komm, wir steigen mal um. Also was ich halt meinte, Limited von 2.500 ist, dass der 1.653 ist. Das ist also ein Stück Geschichte. Und die Zahl 2.500 ist jetzt auch nicht so hoch. Die war nicht groß, ne? Nee, ist für so einen Hersteller. Und es gab sie halt nur in blau und in rot. Und da ist die Nachfrage auch ein bisschen höher, würde ich sagen. Auch mit der Verplankung unten dran, ne? Verplankung unten dran gibt es da jetzt nicht so wirklich, sondern eher in Folie. Aber wir sind bei dem ersten Auto, wo Volkswagen die vollverkleidete Stuhlstange jetzt auch hat. Und das Auto hat diesen Frontmotor, es ist im Design gewachsen. Es war auch ein harter Kampf zu der Zeit als Hersteller. Du musst es schon abliefern, ne? Genau, wir mussten einfach das moderne Auto jetzt an den Start bringen. Und das ist uns, glaube ich, auch gelungen, was man auch daran merkt, dass dieses Auto von 90 bis 2003 gebaut wurde, 13 Jahre lang. Ja, ich selbst, wenn Leute mich fragen, welchen Bus soll ich holen und sowas, dann sage ich ganz, ganz oft, hol den T4. Weil das ist ein sehr gutes Auto, was sehr verlässlich, einfach funktioniert. Ersatzteilkosten sind total überschaubar. Und es gibt verschiedenste Motoren für die verschiedensten Bedingungen. Das ist wirklich einfach ein gutes Ding. Bin ich selbst in meinem Leben auch tausend von Kilometern schon gefahren, so ein Ding, und kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Also es ist wirklich ein gutes Teil. Wahrscheinlich wird es ja nicht so ein guter Zustand sein wie der. Der hier wiederum ganz besonders, dreieinhalbtausend Kilometer auf der Uhr. Oh. Der hat jetzt noch nicht ganz so viel gesehen. Der hat dreieinhalbtausend Kilometer. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben ihn tatsächlich lackiert, weil er in der Freibewitterung war. Das heißt, wir heben Autos auf und testen halt, wie ist die Langzeitwirkung auf den Lack. Und dieses Auto stand in der Freibewitterung. Und das haben wir halt dann nach 20 Jahren aus dem Dornenröschen-Schlaf geholt. Und deswegen heißt er Mosi, weil er komplett mit Moos bezogen war. Er hatte den 20 Jahre draußen stehen. Habt ihr dafür extra ein Gelände? Oder wo steht sowas dann? Ja, da gibt es auch ein Betriebsgelände. Oh, krass. Ihr seid geil. Wir leben das halt, ne? Ja. Ah, hier ist Mosi. Genau. Da sieht man so sehr Mosi aus, als wir ihn geholt haben. Oh. Der Spiegel sehr stark. Müsstest du da einmal reinlegen. Guck mal. Da steht sogar drauf hinten, Mosi. Okay. Aber innen drin, Neuwagen. Ja, aber auf den ersten Blick, ne? Das ist der C3 hinten geräumiger. Warum? Weil der Motor vorne ist und dir damit was von der Außenlänge klaut. Von der Innenlänge klaut. Das heißt, von hier bis zur Heckklappe ist der kleiner als der T3. Das ist so. Ah, wir können reinladen. Mhm. Das heißt, du hast einen Plus an Laderaum gehabt, aber ein Minus an Ladelänge. Also du hattest halt eine kürzere Innenraumlänge, Rückenlehne zur Heckklappe. Ich kannte mal jemanden, der hatte so ein Projekt 2. Das war dann T3, ne? Nee, auch dann T4. Also T3 war die Hochzeit von Projekt 2 mit Sicherheit, was Optikverspeulung hat. Aber beim T4 gab es das auch. Also da haben auch alle noch gemacht, auch Dietrich und Co. Also da gab es reichlich Anbauteile für. Von daher kann gut sein, dass der das hatte. Was man hier vielleicht auch nochmal schön sieht, ist der Zeitgeist der 90er. Ja, ich mag das, ja. Die Muster sind dann doch schon, so wie sie damals auch im Pullover gerne waren. Ja, ja. Also ich mag so ein Muster, aber man muss sie auch vor Augen halten. Stoff ist ja gäbig, sie hätten jedes andere Muster auch nehmen können. So muss man es sehen, ne? Aber man hat sich dann entschieden für das. Ich denke, für viele Jüngere ist es auch nah an der Kreativität eines Multiplers. Aber es ist, wie es ist. So, ich würde sagen, wir fahren den letzten Mal und spüren mal und versuchen mal zu fühlen, wie es ist, wenn der Motor vorne ist, wie es vom Fahrverhalten sich auch vielleicht ändert und wie er sich so benimmt. Weil das ist jetzt hier Baujahr oder der erste kam raus? Der erste kam raus 1990. Das heißt, wir haben einen Techniksprung auch wieder von 79 zu 90. Wieder 11 Jahre. C3 war ja Bauzeit dann 11 Jahre plus die 2 für den Lassbisch. Los geht's. Mir fällt direkt was auf. Was denn? Ganz anderer Einstieg. Weil wir sitzen jetzt ja hinter der Achse. Ganz anderer Einstieg. Krass. Das fällt dir ja nicht auf, wenn du es nicht so normal machst. Aber hier. Das ist ja bei den anderen nicht. Bei den anderen ist ja hier das Rad. Okay. Ach, weil du auf der Achse sitzt? Richtig. Und das fällt dir nie auf. Ein T4 ist ein T4. Machst die Tür auf, streckst ein, fährst los. Aber was dir jetzt extrem auffällt, ist im Vergleich, das ist ja auch ein T-Bus. Und ich mach die Tür so auf und denk mir so, du musst ja gar nicht mit dem Fuß dahin, sondern hier ist ja nichts. Also ich denke mal, dass das für Leute damals im Autohaus schon, obwohl ich glaube, die Stimmung war nicht gut. Die Leute wollten Heckmotor, die wollten das alte, oder? Nein, weil das Konzept hat ja auch sehr viele Vorteile. Und einer von denen ist ja zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. Der Einstieg ist ja einfacher geworden. Du sitzt ja auch viel mehr in einem Pkw. Also das ist damals auch sehr stark in der Werbung hervorgehoben worden. Das ist der Pkw unter den Vans. Und das ist er ja auch. Ist er ja. Wenn du dir das anguckst, das ist einfach Golf. Sind sie alle danach? Sind sie alle danach, ja. Na, hallo. Da ist ja der Turbodiesel zu Hause hier. Diese? Oh, eine Klacke, Mann. Ohne, ohne Turbo. Dich beschleunigen jetzt ganze 60 PS. Du musst ganz stark sein. Dieser Motor ist scheiße. Weil der einfach, das ist wie so ein Aggregatmotor, der einfach nur läuft. Vor allen Dingen, wenn das draußen, jetzt bin ich mal in der Stand, was du sagst. Draußen sind minus 15 Grad. Wie lange brauchst du, bis da die erste Wärme rauskommt? Du hast ja eine Standheizung. Das ist ein Motor, Leute. Gut, das konnten wir uns bei Mosi jetzt nicht aussuchen. Nee, das ist schon richtig, aber das ist echt ein Motor. Wenn du einen nicht magst, schickst du ihn damit los. Was wäre der Top Speed? 110, 120? Oh, 110. Und mit einer Geräuschkulisse, die sie gewaschen hat. Ja. Weil den größten Motor, es gab ja ein 2,5er TDI. Es gab ein 2,5er TDI mit 150 PS. Überleg mal. Den ging hoch bis Benziner, V6. Gab es einen V6? Ja. Es gab erst die 140 PS Variante. Dann gab es den größeren nochmal. Nur als Automatik und so. Und den gab es tatsächlich. In meiner Ausbildung muss ich mal Pappe und Müll wegnehmen. Mit so einem Mülldeck und wie in so einem Caddy mit so einem Motor. Aber guck mal, was ist das für eine Zeitreise, die du dich dein Leben heute gemacht hast. Ja, aber hallo, oder? Den kriegst du auch nicht kaputt. Nö. Den Motor kriegst du nicht kaputt. Ich will jetzt auch Vollgas hier langfahren, das ist mir auch scheißegal. Weil da ist kein Ladung drin, das ist ein selbstverdichtender Dieselmotor. Ich gebe jetzt mal Gas, ja? Das war Vollgas. Ja, lach nicht. Also wir fahren jetzt, wir fahren jetzt 25, ja? Kannst du mich festhalten? Ja, aber hallo. Wir gehen jetzt mal in den zweiten, wir fahren mal in den zweiten Gang, ne? Also, wir hatten sogar fünf Gänge für die Leistung, was man muss. Äh, warte, wir fahren 20, okay? Ja. Ja, kannst du auch mit Vollgas durch den Drive-In fahren, kriegst du deine Bestellung dran. Und sagst du noch, ich wollte auch mit Käse, ja? Auf das machen sie dir noch mal neu in den zweiten Gang. Ja, genau, genau. Ja. Zustand ist fantastisch, Sitzposition ist vernünftig, ist ein sehr gut funktionierendes Auto, aber er hat den Charme nicht mehr. Es ist der Beginn von dem neuen Charme-Zeitenhalter, so würde ich es ihm vom Gefühl her gerade so definieren. Er hat das nicht. Ganz kurz. Hi. Mach das gut? Ja. Was sind deine Gefühle dazu? Es ist ein Pkw, also du fährst mit so, du steigst da ein, fährst Hamburg-München in eins durch und kommst entspannt an. Vielleicht jetzt mit dem 60 PS, also ein bisschen anstrengender, aber die meisten waren ja mit 102 PS TDI und das war einfach Gang. Tempomat rein und los, laufen lassen. Laufen lassen, ne? Er war auch teurer, ne? Das war so, wo die Hersteller anfingen, wo die Philosophien der Preise so ein bisschen auch. Das ist ganz witzig, weil ganz viele sagen immer, ja früher waren die Autos ja billiger und alles. Wenn du einen VW-Bus nimmst, egal welche Generation, T1, T2, T3, T4, T5, T6, immer ein durchschnittliches Jahresgehalt in Deutschland. Immer. Es gab zwei Ausreißer, es gab einen Ausreißer und zwar ganz am Anfang 1950 waren es zwei Jahresgehälter, weil da hat man noch nicht so viel verdient. Und ab Mitte der 50er ist es immer im Durchschnitt ein Jahresgehalt. Okay. Kostet der Pkw vom Bus ein Jahresgehalt Deutsch. Okay, komm, wir steigen mal auf und machen mal ein kleines Fazit. Ich glaube, ich werde ein überraschendes Ergebnis... Ah, wenn man draufguckt, ist es krass. Ganz schwierig. Also sehr, sehr, sehr schwierig. Das mit den Kindern war nicht weit hergeholt. Superschön, super Kompromiss, fährt total geil. Und ich muss sagen, in meinem Gefühl, in diesem Quartett, muss der T4, ist er gar nicht in der Wertung. Wenn es jetzt, es ist ein super tolles Auto, aber jetzt in diesem, nein. Also ich würde dir jetzt drei Schlüssel hinhalten, rein fiktiv, mache ich natürlich nicht. Aber rein fiktiv, drei Schlüssel. Drei, zwei, eins, welchen würdest du nehmen? T3. Ich glaube, ich würde den T3 nehmen. Das ist, das ist super schön. Es tut mir auch leid, das zu sagen. Ich will auch gar nicht hingucken, weil er so schön ist. Aber der T3, wenn du drinnen sitzt, die Sitzhöhe, das Fahrverhalten, trotzdem diese kultige Optik. Ähm... Und der Luftfilter. Und die Ansaugung. Nee, ich denke, ich denke, es wäre der T3. Das hier ist mir zu wenig T3 und zu wenig T1. Das ist so irgendwo dazwischen. Ich denke, das wäre T3. Hate in 3, 2, 1, bitte. Tschüss.